150 Jahre Pariser Kommune. Wir singen Tod oder Lebendig von der Band Die Schmetterlinge. Tod oder Lebendig, was nützt es euch zu schießen? Tod oder Lebendig, wir haben es bewiesen. Das Volk kann selbst regieren, es braucht euch nicht dazu. Das war das erste Mal, doch es wird nicht das letzte Mal sein. Es wird so oft geschehen, bis wir uns befreien. Das war das erste Mal, doch es wird nicht das letzte Mal sein. Es wird so oft geschehen, bis wir uns befreien. Tod oder Lebendig, was nützt es euch uns zu jagen? Tod oder Lebendig, wir sind nicht mehr zu schlagen. Die Taten, die wir setzten, sind keine Utopie. Das war nur eine Stadt, doch es wird nicht die letzte Stadt sein. Es wird überall geschehen, dass wir uns befreien. Das war nur eine Stadt, doch es wird nicht die letzte Stadt sein. Es wird überall geschehen, dass wir uns befreien. Das war nur eine Stadt, doch es wird nicht die letzte Mal sein. Aber sie haben ja so staatlich quyritet, die letzte Mal sind aber nicht die Luther. Es wird immer vor großem, der denn sie hat einen schönen Pflicht gegenüberstehenden Wolkenau. Es wird über die deutschen HerbstESTar versebe jóvenes konnte,